Deswegen geh ich jetzt wieder nach Hause zu meiner Mama und spiele da mit meiner Konsole im Zimmer. Die da oben rum lag. Oder guck den Film an, wo die zwei über das Bahngleis wandern. Äh... Ich hab echt überhaupt keine Ahnung, wo ich gerade hier hinlaufe. Ich lauf einfach mal vor mich hin. Finde mir noch schnell so ein Nugget nebenbei. Ja. Und immer wenn ich dem Stein begegne, schubs ich in irgendwo rein. Das ist so meine Philosophie. Die Philosophie der Silphosophie. So. Also erstmal du hier rein. Achso. Der feine Herr ist zu fein, um einfach durch an Klitten zu reagieren. Na gut. Werter Herr Stein. Dann mach ich's halt so. Auf die harte Tour. So. Und dann gehst du nochmal hier rein. Und dann haben wir schon den ersten Stein im Ziel. Das ist wie bei Mensch ärgere dich nicht. Und dann geh ich mir hier einen Geheimweg. Warum hab ich den Umweg gemacht? Das sind drei Schritte oder so weniger, die ich jetzt hab auf dem Schutz. Ähm, dann nehm ich den Shotcut nach hier. Nach hier. Hier hin. Den Shotcut nach hier. Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. So. Zack. Zack. Und jetzt. Bam. Ist das schon eine Masse? Ne. Da brauchen wir mal einen Schubser vom Papa. So. Machen wir das mal. Ich hab, ich mach grad keinen Mist. Also ich mach das jetzt einfach irgendwie, wie es mir grad in den Sinn kommt. Ähm. Oh, was kommt denn jetzt? Zubat. Ja. Na. Na gut, die Chancen standen gut. Moment. Mach, ich bin dünner Blitz. Kernschmelze. Keine Chance, mein Blitz. Püppchen. Ein Carby. Cool. Ähm. Ich bekomm, solange ich jetzt noch Schutz hab, hau ich die ja drauf. Mein Gott, wir haben ein Nugget. Da kann man uns dann, das kann man verkaufen. Und da kriegen wir noch den ein oder anderen Superschutz für raus. Aber wo ich jetzt lang muss, weiß ich echt überhaupt nicht. Ist bei mir aber in Höhlen immer so. Ich bin da echt total verloren. So richtig schlecht halt. Ach, war das hier das. Ja. Ähm. Dann gehen wir mal hin. Mal gucken, was wir hier so finden. Vielleicht Narnia. Schlumpfland. Schlumpfland wäre auch mal cool. Da will ich auch noch mal hin. Ach, ich laufe hier im Kreis. Hm. Hm. Schaut nicht zu, Jungs. Schaut nicht zu. Klickt einfach weg. Es tut nur weh. Es bereitet euch nur Schmerzen. Okay, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Dann. Jetzt machen wir das mal ganz klug. Lassen wir uns in das Loch fallen. Dann sind wir hier. So. Dann müssen wir euch wieder eine Leiter nach oben nehmen. Um auf die Fels, sag ich mal, die Felsetage zu kommen. Wo die Felsen alle runtergeschubst werden müssen. So. Leiter nach oben. Nein, nicht die. Nehmen wir mal da oben die Leiter nach unten jetzt einfach. So. Dann haben wir. Hier haben wir schon einen runtergeschubst. Da drüben wäre noch einer. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Zztztzt. Das heißt, wir nehmen jetzt mal den Weg hier lang. Und dann hier. Und dann hier so mal rein. Und dann mal so da rein. So. Und wenn wir dann den Weg nehmen. Hier nach oben. Ja, das dürfte jetzt neu für euch sein. Ja, das ist natürlich krasser Freestyle. Freestyle Exploring, was ich hier mache. Mal hier rum. Passt jetzt auf. Jetzt. Jetzt. Jetzt kommt der Move. Der Move. Das ist das. Der Epischste, den es gibt. Das ist das. Äh. Gab es hier oben noch was? Ne. Ne. Okay, dann müssen wir jetzt wo hier hin. Und dann. Ah, jetzt sind wir wieder bei diesen gruseligen Steinen hier. Da müssen wir doch irgendwie hinkommen. Das sieht doch gut aus. Jetzt nicht, mein Freund. Ah, ja, so einfach kann es sein, ne. Dann machen wir mal hier schnell den Schutz, damit die uns nicht beim umschieben nerven, die Viecher. So. Dann müssen wir mal gucken, wie man es machen muss. Also der eine Stein muss, der muss erstmal, der einer hier drüben. So, setz mal deinen Polysaccharide ein hier. So. Dann brauchen wir von den beiden hier einen. Ich schnapp mir den hier. Jetzt vorsichtig. Keinen Fehler machen. So, und nochmal. So, und der kommt dann da rein. Müsst doch eigentlich stimmen, ne. Schieb mal den. Ein paar nach drüben, damit wir dann den rein stupsen können. So. Noch Fragen? Warst du schon? Yes. Yes. Muah. Evil Overlord of Chicken. Ah, apropos Chicken. Grüß dich, mein kleines. Na. Was steht denn so an? Im Bezirk. So, jetzt fangen wir uns einen schönen Vogel. Ein wildes Taubsi. Arctos. Ach, das ist doch der böse Schneemann von Tabaluga. Mh, mh. Der steht hier in der Höhle rum. Na, so ein Schlingel. Oh, oh, oh. Epic Sprite of Epicness. Du, 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 du. Du musst ja jetzt so einen Metal jetzt einspielen. Epic Sprite of Epicness. Du, 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 du. Oh, Level 50. Erstmal ne Donnerwelle. Erstmal. Erstmal ne Donnerwelle, sonst wär das doch nischt. So, ich bin übrigens nicht gewillt, mich auf Verhandlungen mit dem Zielobjekt Arctos einzulassen. Ich werfe höchstens zwei Bälle und wenn's da nicht drin ist, dann wird es, ähm, gekappt. Wenn es mich nicht vorher kappt, natürlich. Ja. Sieht nämlich ganz wunderbar aus bisher. Ähm, ja, Gama, mein Freund, mein treuer Genosse und Spießgeselle. Ich weiß, du bist schwach gegen den Eglsaal, gegen den Eisstrahl, aber den Eglsaal und Schnabel bist du auch dagegen schwach. Uh. Arg, aha, oh, Gama, du bist schwach dagegen. Gegen beide Steps bist du schwach sogar. Was will man da tun? Gama, ich weiß es doch nicht. Sag's mir doch. Hm, heute wird's der Schneider. Ach, ich geh ein kleines bisschen extra Damage, geh ich mit. Krass, noch ne Runde. Wenn's kein Volltreffer wird, ja. Und noch ein bisschen extra Damage. Damage, Damage. Ja, ich weiß, ich mach jetzt hier grad ein bisschen Wasting-Style. Ähm. Ja, bitte das nächste Pokémons. Oh, Agino. Du bist natürlich auch schwach gegen beide Steps. Natürlich, also mein Team ist wunderbar durchdacht. Das merken schon. Ja, trotzdem wird das Arctus jetzt erstmal ein bisschen gekeschert. Ne? Aus dem Pool gekeschert. So ein toter Vogel, der so drin liegt. One-Hit-Kao. Aber den Psych-Strahl hab ich rausbekommen. Muss man dazu sagen. So. Pippo, mein Kollege. Mau mal mit dir. Stärke. Ein bisschen, ein kleines bisschen Schaden. Ja, siehst du Volltreffer sogar. Also, alles im Grün. Jetzt wirst du ein bisschen schmarutzt. So. Schmarazartacke. Das ist nämlich ein krasser Name für Egelsamen. Jetzt. Oh Gott. Ja, ich kann nur, hab eigentlich gar keine andere Wahl, also, als das dann einfach umzubringen. Ich brauch's ja auch nicht. Ähm. Mir soll's recht sein. Ähm. Ja. Ja. Äh. Eis. Wenn Arctus durch die Lüfte schwebt, gefriert das Wasser in der Luft und es beginnt zu schneien. Ja. Äh. Ähm. Mal bei. Einfach mal einen Bokeball werfen. Mein Gott. Wenn's klappt, klappt's, ne? Ja. Äh. Ja, wie ne? Ich hab's überhaupt nicht damit gerechnet. Äh. Ist wie mit dem Kangama damals. Wie nenn ich denn das jetzt? Haben wir eigentlich nur noch einen Fräulein. Na gut. Äh. Ja doch, ne? Weil's, weil's halt so blau ist. Hm. Ach doch, das passt schon. So blau dachte ich, das ist doch, das ist doch stimmig, ne? In sich. Ist doch eine wunderbar stimmige Sache. Na, haben wir die Dame dann auch hier mal mit drin. So, gibt's nichts mehr für uns zu holen, ne? Dann werden wir noch Gebrauch machen von unseren krassen Gadgets, die wir so in unserer Tasche verstecken. Wie zum Beispiel, dieser Taser. Da sind wir wieder. Was? Oh cool, Fluchtzeit macht zum... What? Ich sag, das macht nur von Eingang. Wow. Generation 1 ist voll gruselig. Ey. Ja, mach hier ne mal an. Guck mal, uns ist... Das japanische Fräulein mal an, hier. Ah, der Eisvogel. Ja, es dauert mir alles viel zu lange. Du, das mal ganz, ganz kurz, bloß gelagert. Dann... Nehmen wir dich mal ganz kurz mit. Und dann würde ich mal kurz gucken, ähm... Ob hier schon irgendeine VM fliegen ist. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Tut mir leid. Äh... Guck ich mir nur mal schnell. So. Ja, okay. Weil wir müssen ja jetzt eh fliegen. Also wir können natürlich auch laufen, aber fliegen ist natürlich praktischer. Oh, es können doch gar nicht viel attacken. Haha. Lolol. 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 Oh. Oh, es wird nicht geheilt. Oh Gott. Generation 1, du bist gruselig. Mhm. Eisflug. Cool, ne? Ja, Schnabel. Es konnte nur Schnabel. Was ist das? Okay, von mir aus. Ähm. Dann mal auf dem Weg zur Insel, wenn ihr wisst, was ich meine. Erst mal kurz hin. So, wo starten wir? Hier starten wir jetzt. Das passt doch gut. Zack. Zack. Hahaha.